Ja, viele haben sich gefragt, wann geht's los? Ich kann es euch beantworten. Jetzt geht's los. Sack Fishing Adventskalender 2021. Die Vorbestellphase beginnt genau jetzt. In dieser Super Early Bird Phase, so haben wir das genannt, könnt ihr euch zusätzliche Gewinnchancen sichern. Wir werden nämlich Gutscheine im Wert von insgesamt 11.000 Euro in die Adventskalender dazulegen. Und die Hälfte dieser Gutscheine könnt ihr erhalten, wenn ihr in der Super Early Bird Vorbestellphase daran teilnehmt. Und ihr habt natürlich nicht nur die Möglichkeit mehr zu gewinnen, wenn ihr einen Adventskalender kauft, sondern ihr habt auch einen Preisvorteil von 5 Euro. Wo gibt's mehr Informationen? Direkt in unserem Online-Shop. Die Links habe ich euch in der Videobeschreibung hinzugefügt. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen näher auf den Raubfisch Adventskalender ein. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir wirklich eine ordentliche Schippe draufgelegt, was die Auswahl und auch die Mischung des Inhalts anbelangt. Insgesamt erhaltet ihr mit diesem Raubfisch Adventskalender Köder mit einem Gesamtwert von 199 Euro. Eine sehr bunte Mischung aus Wobblern, Gummiködern, Metallködern, aber auch Zubehör wie Jigköpfe, Systeme. Also da haben wir uns in diesem Jahr wirklich nicht lupen gelassen. Und wir haben auch auf eure konstruktive Kritik gehört und den Adventskalender deutlich verbessert. Was die Verpackung zum Beispiel anbelangt, die Perforation der Türschen, die Standfüße. Also da ist alles komplett neu. Vorab noch eine Info für alle, die sich noch jetzt hier bei diesem Video befinden und noch nicht die ganzen Facts im Online-Shop gecheckt haben und noch am Überlegen sind, ob sie sich einen Raubfisch Adventskalender sichern wollen. Das Teil ist limitiert. Wir lassen zwar viel mehr produzieren als im letzten Jahr, aber wenn weg, dann weg. Ich kann nicht garantieren, dass nach dem 31.08. noch Kalender zur Verfügung stehen. Sieht zwar ganz gut aus, aber ich will nur schon mal sagen, es ist nicht gesagt, dass man den Adventskalender hier überhaupt für den normalen regulären Preis kaufen kann, weil es ist durchaus möglich, dass alle bereits in der Vorverkaufsphase weggehen. Ein kleines Trostpflaster, falls ihr dieses Video hier später seht, irgendwann im September, Oktober. Ihr habt die Möglichkeit, auch noch bei eurem Zeckfischigen Fachhändler, also beispielsweise einem Angelladen bei euch in der Nähe, Adventskalender zu sichern, auch noch vielleicht sogar Ende November. Ja, sprecht euren Händler da einfach mal drauf an. So, neben diesen ganzen Vorteilen, die ihr habt, wenn ihr euch einen Adventskalender vorbestellt, besonders in der Super-Early-Bird-Phase, haben wir uns noch was überlegt, was ganz wichtig ist. Und zwar hat es einige Menschen in diesem Jahr ja wirklich sehr hart getroffen. Stichwort Flutopfer, Stichwort Flutkatastrophe. Und da viele Kunden uns gefragt haben, dass wir neben unseren Spenden in Sach- und auch Geldform vielleicht noch eine weitere Aktion ins Leben rufen können, bei der auch unsere Fans und Kunden daran teilnehmen können. Und das möchten wir hier mit diesem Adventskalender tun. Wir werden nämlich von allen verkauften Adventskalendern, egal ob in der Super-Early-Bird-Phase oder später, oder auch die, die über den Fachhandel gehen, werden wir von jedem verkauften Adventskalender 2 Euro an die Flutopferhilfe der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neunkirchen spenden. Diese Spenden gehen dann direkt an die Kreissparkasse Ahrweiler oder die Kreissparkasse Köln-Erbstadt, wo sie direkt dem Flutopfer zur Verfügung gestellt werden. Also wenn ihr euch einen Kalender sichert, tut ihr zeitgleich auch noch Gutes. Ich will das jetzt nicht ganz nach vorne stellen zum Bewerben, aber es ist wirklich eine gute Sache, mit der ihr was Gutes tut und mit der Sache ihr auch sehr, sehr vielen Leuten helfen könnt. Ich hoffe doch sehr, dass wir da einen schönen fünfstelligen Betrag zusammenbekommen. Wenn das dann soweit ist und alle Adventskalender sind weg, werden wir euch im Dezember auf jeden Fall auch informieren, wie viel zusammengekommen ist. Also ein extrem krasses Produkt und noch eine zusätzliche Info. So, da wir ja ein sehr kulanter Verein sind, eine sehr kulante Firma, biete ich euch eine Geld-Zurück-Garantie an. Das heißt, ihr kauft hier nicht die Katze im Sack. Klar, ihr kauft das Teil, bestellt es vor und wenn euch dann Ende Dezember auffällt, dass der Inhalt vielleicht doch nicht euren Ansprüchen genügt oder ihr euch etwas anderes vorgestellt habt, was ich mir persönlich bei dem Inhalt hier gar nicht vorstellen kann, aber ist ja egal. Falls ihr nicht zufrieden seid, könnt ihr einfach alle Produkte an uns zurückschicken. Wir geben euch da auch ein Label, dass keine Transportkosten entstehen und wir überweisen euch den kompletten Betrag des Adventskalenders zurück. Das heißt, ihr geht mit dem Vorbestellen vom Adventskalender überhaupt gar kein Risiko ein. So, ich denke, mehr geht da wirklich nicht. Wir haben ein extrem krasses Produkt auf den Markt gebracht, auch dank eurer Hilfe, dank eurer konstruktiven Kritik aus dem letzten Jahr. Und falls ihr noch daran interessiert seid, wie das Teil ausschaut, da möchte ich euch natürlich auch nicht auf, wie sagt man, glühenden Kohlen sitzen lassen. Wir haben nämlich extra einen italienischen Designer beauftragt, Andrea Arvincine. Ich hoffe, so spricht man es aus. Und der hat ganz, ganz viel Amore reingesteckt und so sieht der Adventskalender aus. Und da ist das Teil. Noch ein vorfinales Muster, da müssen wir noch ein bisschen was dran verbessern. Aber so habt ihr schon mal eine Vorstellung, wie das Teil später bei euch unter dem Weihnachtsbaum aussieht. Oder wenn es an der Wand hängt, haben wir nämlich jetzt auch dafür gesorgt, dass wir noch Möglichkeiten haben, das Ganze auch aufzuhängen. Ist ja fast schon zu schade, die einzelnen Türchen zu öffnen. So, das waren alle Infos zum Raubbücher Adventskalender. Und jetzt kommen wir mal an die Welsangler. Da haben wir nämlich Andrea auch reingelassen an das Design. Da wurde auch sehr viel Amore reingesteckt und so sieht das Ganze aus. Leider habe ich vom Welskalender noch keine Musterverpackung hier. Ich kann aber schon mal sagen, im Vergleich zum Raubbücher Adventskalender wird er ein gutes Stück dicker und auch schwerer, weil natürlich die Welsprodukte einfach ein bisschen voluminöser sind. Preislich sieht es beim Wels Adventskalender genauso aus wie beim Raubbücher Adventskalender. Es gibt ebenfalls eine super Early Bird Phase, wo ihr das Teil für 94,95 Euro vorbestellen könnt. Später, falls später noch Kalender, also ab dem 1.9. erhältlich sein werden, kostet er dann 99,95 Euro. Der Warenwert beträgt 160 Euro. Der Kalender ist vollgestopft mit Posen, Haken, Kleinteilen, Zubehör, aber auch Kunstködern. Ansonsten gibt es natürlich auch Golden Tickets zu gewinnen. Ansonsten werden wir natürlich auch 2 Euro pro verkauften Kalender an die Flutopferhilfe spenden. Und natürlich gibt es hier auch eine Geld-Zurück-Garantie. Also ihr könnt komplett ohne Risiko bestellen. Last but not least möchte ich in Bezug auf den Wels Adventskalender euch noch mitteilen, dass wir hier eine deutlich kleinere Menge als im Raubfischbereich zur Verfügung haben. Nur 1.000 Stück. Wir können einfach nicht genau einschätzen, wie viel Welsangler es gibt, die so einen Adventskalender wollen. Und deshalb haltet euch auf jeden Fall ran. Später werden wir aber auf jeden Fall auch noch einige über den stationären Fachhandel vertreiben. Also da werden wir auch eine gewisse Menge blocken, damit wir auch unsere Händler nicht enttäuschen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal eine schöne Adventszeit. Auch wenn sich das im August noch ein bisschen doof anhört. Aber ja, die Zeit verfliegt manchmal schneller, als man denkt. Und haltet euch ran beim Vorbestellen, falls ihr einen abbekommen möchtet. Egal ob Raubfisch oder Wels. Viel Spaß dabei. Vielen lieben Dank auch an alle, die uns mit einem Kauf hier unterstützen. Und vor allen Dingen auch die Flutopfer unterstützen. Ich denke, das ist eine geile Sache für alle. Und es würde mich wirklich freuen. Das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, wenn da eine schöne Summe zusammenkommt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Euer Karsten. Euer Karsten.